Hallo und herzlich willkommen bei Gartenseile. Wer einen Garten und somit Pflanzen besitzt, kommt nicht darum herum, diese regelmäßig zu gießen. Doch dabei können einige Fehler gemacht werden, ganz besonders im Sommer. Was du beim Wässern deines Gartens oder deiner Kübelpflanze im Sommer beachten solltest, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen! Zunächst einmal kann man sagen, dass unterschiedliche Pflanzen oft auch unterschiedliche Bedürfnisse und andere Anforderungen an ihre Umgebung stellen. So gibt es beispielsweise Pflanzen, die besonders gut mit längerer Trockenperioden auskommen können, während andere Pflanzen besonders feuchte Standorte bevorzugen. Spätestens im Sommer allerdings sollte man allen Pflanzen regelmäßig Wasser zukommen lassen, besonders wenn keine Schauer- oder Regenperioden in Sicht sind und die Pflanzen drohen zu vertrocknen oder zu verbrennen. Rasen beispielsweise benötigt bis zu 20 Liter Wasser auf den Quadratmeter pro Woche, wenn er stets sattgrün sein soll. Allerdings verträgt ein Rasen auch längere Trockenperioden und schießt wieder aus, sobald der Regen einsetzt und wir ihn bewässern. Am besten ist es, wenn man den Rasen direkt nach einem Regenschauer bewässert. Denn durch den Regen ist die oberste Bodenschicht bereits feucht und das Gießwasser hat es nun leichter, tief in den Boden zu versickern. Deine Staudenbeete solltest du im Sommer tendenziell eher mit der Gießkanne oder Schlauch direkt am Wurzelbereich wässern, anstatt den Regner aufzustellen, der eher für Rasenflächen genutzt wird. So verhinderst du, dass sich durch die nassen Blätter ein Pilzbefall entwickelt. Besonders anfällig für einen solchen Pilzbefall bei Nässe von oben sind Brosen oder Phlox. Speziell für Beete eignen sich auch Peerschläuche, die das Gießwasser direkt und gleichmäßig an den Boden abgeben. Zudem verhinderst du dadurch, dass du direkt am Wurzelballen wässerst, eine Verbrennung der Pflanzenteile durch die Sonneneinstrahlung. Der Zeitpunkt der Gartenbewässerung ist auch sehr wichtig. So sollte man im Garten im Sommer bestmöglich in den frühen Morgenstunden wässern, denn dann ist es am kühlsten und das Gießwasser verdunstet am wenigsten. Auf keinen Fall sollte man in der Mittagshitze wässern, denn dann drohen die Pflanzen oder auch der Rasen zu verbrennen. Die Wasserperlen wirken dann wie ein Brennglas auf den Blättern und Blüten. Zudem würde viel zu viel Gießwasser verdunsten und viel Wasser wäre somit verschwendet. Spätabends kann man auch noch gießen, allerdings sollte die Lufttemperatur dann wirklich schon etwas heruntergekühlt sein. Kaltes, direktes aus der Leitung kommendes Gießwasser sollte hier eher vermieden werden. Besser ist es, wenn man das Wasser in Gießkern füllt und einen Tag lang stehen lässt. An besonders heißen Tagen empfiehlt es sich, Kühlbepflanzen einmal frühmorgens und einmal spätabends zu gießen, da diese besonders schnell in Gefahr laufen zu vertrocknen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos rund um das Thema Gartenbewässerung an. Dort geben wir weitere Tipps oder testen verschiedene Regner. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gerne auch in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.